Moin Moin YouTube, hier ist euer Kampfschmuser mit einem weiteren kurzen Infovideo von mir für euch. Hier momentan bombardiere ich euch ja mit den Infovideos, aber ja, wenn ich dieses Infovideo hochgeladen habe, dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Allerdings, das erleichtert mir wirklich einfach die Arbeit und ja, euch auch die Möglichkeit quasi ranzukommen. Und diesmal geht es um Abonnententalk. Ja, die zweite meiste Frage, die ich quasi gestellt bekomme nach Gastgameplays, das ist der Abonnententalk und wie man daran teilnehmen kann. Ja, ich werde es einfach nochmal komplett neu erklären, wie die ganze Abonnententalksache funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und nun auch, wie ihr euch zukünftig dafür bewerben könnt. Und dafür seht ihr auch schon wieder ein schönes Formular, was ich hier offen habe. Aber zum Abonnententalk erstmal selber. Also der Abonnententalk ersetzt keine Dualkommentaries. Dualkommentary mache ich auf meinem Kanal, nur mit Leuten, ja, denen ich das quasi vorschlage. Oder es muss irgendwas ganz anderes Besonderes passieren oder so halt. Allerdings sonst gibt es einfach keine Dualkommentaries auf meinem Kanal. Und, ja, ich möchte mit meinen Abonnenten quasi quatschen. Und deswegen habe ich einen Abonnententalk eingefügt. Und er soll, wie gesagt, keine Dualkommentaries ersetzen und keine Werbung sein für andere Kanäle. Und dementsprechend werde ich in diesen Videos auch explizit keine Werbung für die anderen Kanäle machen oder dieses Ansprechen oder wie auch immer. Aber, also es dient einem Abonnententalk, sprich, es ist für meine Abonnenten klar, dürfen auch Leute daran teilnehmen, die aktiv YouTube-Videos machen. Sogar sehr, sehr gerne halt, habe ich gar kein Problem mit. Allerdings sollen sie nicht erwarten, dass ich dann während dieses Dualkommentaries groß Werbung für ihre Kanäle mache oder sowas halt. Es ist ein Abonnententalk und dass das auch bleiben. Es geht darum, dass, ja, die Leute, die ihr, die Zuschauer, quasi zu Wort kommen könnt und, ja, eure Themen auf meinem Kanal verbreiten könnt. Ja, so möchte ich das einfach mal sagen. Und so habe ich mir auch zukünftig vorgestellt. Dementsprechend kann sich einfach quasi jeder bewerben, der sich in der Lage fühlt, halbwegs flüssig und verständlich sein Thema zu äußern, ein Skype-Account besitzt, ein Headset oder ein Mikrofon besitzt, ja, und mir ein gutes Thema liefert. Denn das Thema ist das Hauptstadt-Ausgebende, wonach ich meine Abonnententalks aussuche. Also mir ist vollkommen egal, wie alt jemand ist, ob Männlein, Weiblein oder keine Ahnung was, oder was er spielt oder was für Vorlieben hat. Das ist mir alles relativ wurscht. Mir geht es nur darum, ob er mir ein gutes Thema liefert. Und wenn er mir ein gutes Thema liefert, ja, dann nehme ich auch gerne mit diesen Leuten einen Abonnententalk auf. Und ja, so möchte ich das zukünftig auch gerne weiter fortfahren. Zusätzlich natürlich zu den Abonnententalk-Spezials, die es gibt, während meinen Livestreams und so, die ich immer wieder mal aufnehme. Aber der normale Abonnententalk besteht eigentlich nur aus mir und einem Abonnenten. Und die ganzen Sachen, wo mehrere Abonnenten dabei sind, wie bei den Livestreams und sowas halt, ja, da erwähne ich auch extra, dass es dann eine Spezialfolge ist oder irgendwas anderes halt. Ansonsten der normale Abonnententalk, ja, mit mir und meinen Abonnenten. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, ganz einfach, unter diesem Video befindet sich wieder ein Link zu einem Formular ausfüllen. Ja, und wenn mir euer Thema fällt, was ihr vorgeschlagen habt, dann werde ich euch anschreiben, in der Laufe der Zeit, mit euch einen Termin ausmachen und dann nehmen wir das gerne auf. Und ich möchte auch nochmal die bitten, mit denen ich schon quasi was ausgemacht habe oder die mir schon was vorgeschlagen haben. In letzter Zeit sind mir einfach so viel angehäuft. Und ich konnte es mir nicht alles merken. Ohne Scheiß, ich ging einfach irgendwann nicht mehr. Deswegen nehme ich auch die Lösung mit dem Formular. Da habe ich jetzt alles schriftlich, wunderbar, alles auf einen Blick. Füllt das Formular auch nochmal aus und dann werde ich mich bei euch melden. Also, Formular ganz einfach ausfüllen. Einmal euren Nicknamen, wie laut euren Online-Nickname. Ja, selbsterklärend denke ich, ne. Dann euer Alter. Das ist nicht ausschlaggebend nach dem Motto, ihr seid zwölf, ihr dürft nicht daran teilnehmen oder so. Ich möchte nur wissen, worauf ich mich, ja, was für Leute ich da erwarte. Und ich sag mal so, ich habe zum Beispiel ein super Beispiel. Ich glaube, mein erstes, war es mein erster Abotalk, weiß ich gar nicht. Oder mein zweiter, habe ich mit einem, ich glaube, 13- oder 14-Jährigen aufgenommen. Und es ging das Thema Japan, die Nuklearkatastrophe und die Folgen. Und das war super. Das war ein geniales Thema. Ich konnte super mit ihnen darüber quatschen. Klappte gut. Fand ich richtig cool. Nur, ich möchte trotzdem einfach einen kleinen Überblick haben. Und, ich sag mal, wenn mir ein Zwölfjähriger zum Beispiel schreibt, der möchte über die aktuellen politischen Geschehnisse in China sprechen, ja, dann möchte ich ihn zumindest schon mal nachfragen können, wie er mit zwölf glaubt, dass er mit dem Thema sprechen kann. Und kann ja gut sein, wenn das so ist. Und dann habe ich auch kein Problem mit einem Zwölfjährigen, über dieses Thema mit ihnen zu quatschen. Also, ihr habt einmal euer Alter, eure Skype-ID, ganz wichtig, damit ich mit euch in Kontakt treten kann, eure YouTube-ID. Dann einmal, ob ihr aktiver YouTuber seid. Diese Frage, ganz einfach, ist auch kein ausschlaggebendes Argument. Ich möchte es nur einfach wissen, damit ich mir, falls ihr selber auch schon Kommentator seid oder Let's Player seid, mir einfach mal was von euch angucken kann oder was, um mir einfach ein Bild von euch zu machen. Also seid ihr kein aktiver YouTuber, sondern einfach nur ein passiver und guckt einfach nur Videos, wie die meisten, sag ich mal, dann einfach Nein ankreuzen. Solltet ihr Kommentator sein, dann ja, Kommentator, sonst Let's Player. Solltet ihr irgendwelche anderen Videos auf YouTube machen, könnt ihr es einfach hier reinschreiben unter Sonstiges. Dann ist die nächste Frage, ob ihr ein eigenes Gameplay habt. Ja, ganz einfach, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr schon mal ein Gast seid, auch ein Gameplay von euch im Hintergrund laufen zu haben. Und ja, wenn ihr ein eigenes Gameplay bieten könnt, nach diesen Kriterien hier, dann tut es dementsprechend ankreuzen oder schreibt es rein. Ansonsten nehmen wir einfach ein Gameplay von mir oder ein Gast-Gameplay oder sowas. Das ist auch gar kein Problem. Also es ist keine Pflicht, dass ihr ein eigenes Gameplay liefern müsst. Gar kein Problem. Ja, und hier unten das Wichtigste fällt überhaupt, das Thema. Und das solltet ihr bitte wirklich, ihr solltet nicht einfach nur reinschreiben, Thema MW-Dreu. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Was ist das für ein Thema? Da habe ich schon tausend Mal drüber gesprochen. Geht nicht. Wenn ihr irgendwas Ingame-mäßiges habt, wie über MW, dann schreibt es mir genau da rein. Und schreibt mir vielleicht auch eure Meinung dazu oder irgendwas, wie ihr auf das Thema kommt oder sowas halt. Sag mal so, umso ausführlicher ihr euer Thema beschreibt, umso mehr kann ich mir darunter vorstellen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich einfach bei euch melde. Und es müssen auch nicht nur Ingame-spezifische Themen sein. Es können auch gerne Real-Life-Themen sein, politische Themen, sportliche Themen, keine Ahnung, irgendwas. Schlagt mir was vor, worüber ihr gerne sprechen möchtet, worüber ihr gerne mit mir ein Dual-Kommentary machen wollt. Und schreibt es hier rein. Und ja, versucht mehr als nur ein Satz zu schreiben. Darunter noch Besonderheiten, Hinweise und Sonstiges. Da könnt ihr alles, was euch am Herzen liegt, einfach noch reinschreiben. Ja, auch seltserklärend auf Senden drücken. Dann bekomme ich es wieder schön in der Tabelle angezeigt. Und ja, kann ich euch mal zeigen, wie es dann bei mir aussieht. Abonnententalk. Solche Tabelle habe ich dann da. Da steht dann alles drin. Habe ich schon übersichtlich. Und ich kann mich dann bei euch melden und habe alle Daten direkt komplett auf den Überblick da. Und es ist mir einfach für mich viel einfacher und für euch wahrscheinlich auch. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ja, mich würde es freuen, wenn ich in ein paar Abotalk-Bewerbungen reinkomme. Ein paar gute Themen würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ja, dann bei den nächsten vollen Abotalken. Bis dann, viel Spaß. Euer Kampschmuser. Bis dann, viel Spaß.